Guten Tag, wie geht es euch? Ich möchte euch heute über unser Choten sprechen. Was ist Choten? Choten sind die heiligen Bücher, die durch himmlische Eingebungen geschrieben wurden. Zum Beispiel das Buch, das Gesetz der Sonne. Ich möchte euch ein paar Zeilen vorstellen. Also ich lese euch vor, über die Liebe. Es ist eine Tatsache, dass wir Menschen für das, was wir als das Wichtigste in unserem Leben erachten, keine Beweise haben. Das war schon immer so. Das wird auch immer so sein. Diese Dinge sind zum Beispiel Gott, Liebe, Mut, Weisheit, Güte, Freundlichkeit, Schönheit, Harmonie, Fortschritt, Barmherzigkeit, Wahrheit, Ehrlichkeit, Selbstlosigkeit. Überall im Universum gibt es diese Eigenschaften. Und alle Bewohner der Welt des Lichts sind mit ihnen vertraut. Aber hier auf der Erde ist es unmöglich, einen überzeugenden Beweis für ihre Existenz zu finden. Und zwar deshalb, weil es sich durchwegs Eigenschaften aus der wirklichen Welt der vierten Dimension aufwärts handelt, die mit den in der dritten Dimension zur Verfügung stehenden Mitteln nicht erklärt werden können. Leider ist es so. Existiert die Liebe, Schönheit, tatsächlich, aber wir können keine Beweise dafür darstellen. Ich kann leider auch nicht, aber trotzdem, sie sind immer da. So, diese Zeilen von Das Gesetz der Sonne sind meine liebligen Zeilen. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank.